Wie schnell doch die Zeit vergeht. Pietro Lombardi hat früher bei DSDS mitgemacht. Beim ersten Versuch ist er sogar gescheitert. Doch er hat ganz klar ein Kämpferherz. Also hat er es noch einmal versucht. Wie die Geschichte dann weitergeht, wissen wir inzwischen alle. Die meisten DSDS-Kandidaten und sogar die Gewinner bleiben höchstens ein Jahr lang aktiv. Danach ist der Hype komplett verschwunden. Doch bei Pietro und Sarah ist es anders. Bis heute begeistern uns die beiden. Und jetzt hat Pietro sogar ganz alte Aufnahmen gefunden. Untertitelung des ZDF. Seid ihr eigentlich Pietro-Fans? Und wie findet ihr es, dass er immer noch relevant ist? Ich bin gespannt auf eure Meinung und freue mich, wenn ihr Check This Lab abonniert, um immer up to date zu bleiben. Bis zum nächsten Video und danke fürs Zusehen.